Moin Seekräuter, Moin Wohnzimmerkapitäne. Herzlich Willkommen zu diesem Video. Wir feiern, wir feiern mit euch nämlich fünf Jahre Seacroads. Am 26.02.2017 haben wir damals Seacroads gegründet und jetzt sind wir fünf Jahre alt oder werden wir fünf Jahre alt zeitnah und mit diesem YouTube Video wollen wir euch die Gelegenheit geben mit teilzunehmen an unseren kleinen Feierlichkeiten. Wir werden nicht nur hier bei YouTube feiern, sondern eben auch bei Twitch, bei uns auf dem Discord-Server zum Beispiel und dazu laden wir euch ganz herzlich ein. Allerdings habt ihr halt zusätzlich hier noch in diesem Video die Möglichkeit ein bisschen was zu gewinnen, wie sich dazu Geburtstagen eben gehört, wenn wir hier mit diesem Video fünf mal 5000 Dublonen verlosen und die Gewinne da zusätzlich noch einen Kamu-Code mit draufpacken, wo es dann jeweils zehn Abonnenten Tarnungen für gibt. Um daran teilzunehmen, möchten wir euch bitten, hier einen Kommentar unter diesem Video zu verfassen und da sollten folgende Sachen drin stehen. Natürlich euer EU-Server-Game-Name. Also es ist wichtig, dass das vom EU-Server ist, weil wir nur auf dem EU-Server Geschenke verteilen können. Dazu brauchen wir eine zusätzliche Info von euch und zwar möchten wir gerne wissen, wo ihr Seacrouds verfolgt und wie ihr auf uns gestoßen seid. Also schaut ihr Seacrouds zum Beispiel nicht nur hier bei YouTube, sondern eben auch bei Twitch, Facebook, Discord, Instagram, Twitter. Wir sind ja überall vertreten, sieht man ja hier auch die ganzen Symbole, die wir hier eingeblendet haben. Und warum schaut ihr Seacrouds? Das würde mich interessieren. Ja, was schätzt ihr hier an unserer Berichterstattung oder vielleicht seht ihr auch bei dem einen oder anderen Bereich noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Wenn ihr hier konstruktiv bleibt und konstruktive Kritik anbringt, ist das natürlich auch immer sehr gerne gesehen. Was ich aber nicht akzeptieren werde, ist definitiv so hier EU-Server-Name und das war's. Ich möchte definitiv ein bisschen mehr hier in den Kommentaren haben, so dass wir davon auch ein bisschen was mitnehmen und das vielleicht in unsere zukünftige Videogestaltung und Livestream-Gestaltung mit einbauen können. Ja, fünf Jahre ist es jetzt schon her und wir haben wirklich uns krass entwickelt, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ich überlege, wie wir angefangen haben, unsere YouTube-Videos zu bauen und wo wir jetzt stehen und wie wir unsere YouTube-Videos machen, ist das, glaube ich, ganz anders als das, was wir früher gemacht haben. Und das ist eben dank eures Feedbacks auch entstanden und deswegen braucht man natürlich auch jetzt weiter Feedback, um uns weiter verbessern zu können. Dann geht es natürlich noch darum, um eure Nicknames. Wie gesagt, EU-Servername ist ganz entscheidend, wenn ihr Sonderzeichen habt, also so was wie Unterstriche, Zahlen statt Buchstaben und all so die ganzen Geschichten, was eben nicht so gut und deutlich zu erkennen ist, wenn ihr das bei YouTube hier kommentiert, dann denkt bitte daran, dass ihr das extra nochmal dazu schreibt, dass das hier so ein Sonderzeichen davor oder am Ende ist. Beachtet bitte auch, kontrolliert, ob YouTube euren Kommentar gelöscht hat, weil in der letzten Zeit ist mir öfter aufgefallen, dass YouTube irgendeinen Algorithmus hat, wodurch Sonderzeichen oder wenn man EU-Server oder so eine Sachen da reinschreibt, dann eben den Kommentar gelöscht bekommt, obwohl ich dagegen nichts machen kann. Ich kann den nicht im Nachgang dann wieder akzeptieren oder so, der verschwindet einfach. Er ist in irgendeinem Algorithmus von YouTube verschluckt worden und fertig. Deswegen versucht es ein bisschen anders zu schreiben, versucht vielleicht erst einen Kommentar zu machen, schreibt drei, vier Worte rein und bearbeitet diesen Kommentar dann und dann sollte er wieder funktionieren. EU-Server muss auch nicht unbedingt dazu geschrieben werden. Ich gehe einfach davon aus, dass ihr EU-Server ist, also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Dann, nächster Punkt, wie ziehen wir die Gewinner? Das ist vielleicht für euch auch noch interessant. Am 26.02.2022 werden wir natürlich wieder einen Twitch-Livestream machen und in diesem Twitch-Livestream werden wir live und in Farbe über den YouTube-Comment-Picker dann euch als Gewinner vielleicht ziehen. Und es wäre natürlich cool, wenn ihr da mit dabei seid, wenn ihr Bock habt, uns da zu verfolgen. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, ist keine Pflichtveranstaltung, natürlich nicht. Ihr werdet dann in-game von uns benachrichtigt und zwar im Chat, ja, in-game-Chat bei World of Warships. Ey, hier hast du deinen Code für eben den Camo-Code und die 5000 Dublonen habe ich dir dann jetzt hier geschickt. Wie gesagt, zu dem Namen, der jetzt hier steht in den Kommentaren unter diesem Video. Ganz wichtig, dass ihr den auch richtig schreibt. Und natürlich werden wir euch in dem Top-Kommentar unter diesem Video dann auch das VOD von Twitch verlinken, sodass ihr nochmal nachschauen könnt, wie wir gezogen haben. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was wir hier zu berücksichtigen haben und was wir euch mit auf den Weg geben wollen. Ich freue mich jetzt auf eine richtig schöne Geburtstagswoche mit euch. Wie gesagt, am 26.02. wird richtig gefeiert und dann wird es sicherlich auch in dem Twitch-Livestream oder bei uns auf dem Discord nochmal zusätzlich was zu gewinnen geben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Hier unter diesem Video einen Daumen nach oben da lasst. Natürlich den Kommentar, damit ihr auch gewinnen könnt. Den Kanal abonniert, die Glocke drückt nicht vergessen, weil zukünftige Videos sind für euch vielleicht auch relevant und interessant. Und dann findet ihr auch alle Social-Media-Links zu weiteren Präsenzen von uns natürlich unten in der Beschreibung. Ich sage jetzt vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Würde mich sehr freuen, euch demnächst auch in anderen Präsenzen und Bereichen noch begrüßen zu dürfen. Bis dahin, euer Sikrotz-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Bis dahin, euer Sikrotz-Team